Ach, Quatsch. Ach so, okay. Oh, mein Monster. Da muss ich auch mal wieder spielen. Krieg ich jedes Mal wieder Lust drauf, wenn ich die Musik höre. Ah, geil. Das sind hier keine Monster gerade. Das hundert mich ja. Die kann man doch im Hardcore-Modus nicht ausstellen, oder? Ja. 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 Das waren die Türen. Geil. Miss. Ich habe Samen. Hm. Wenn ich aber jetzt halt hier dann so noch erweitere, dann habe ich dann aber irgendwann bald kein Wasser mehr. Schnauze! Aber die Sonne geht ja schon auf. Hm. Hä? Wieso habe ich jetzt nur eine Fackel? Und hier drüben habe ich aber auch nur zwei Fackeln. Ach, weil ich eine unten reingesetzt habe, genau. Oh nein. Ach ne, ist nur ein Zombie. Auf die Klatzer. Auf die Klatzer. Komm her, Kollege. Auf die Klatzer. Und majestätisch erhebt sich die Sonne. Ich glaube, unser Haus wird dann ein schöner, großer Turm nach oben. Ich glaube, das wird mir das Geilste sein. Jetzt werde ich mal zwei Steinschaufeln machen. So. Alle Nachbarn, die jetzt noch nicht wechseln, die fangen sowieso. So. Oder ich kümmere mich um sie. Komm mal, aber um das Skelett könnte ich mich eigentlich mal probieren. Spinnst du? Du kleiner Mieser. Au, das hat mir wehgetan. Lalalala. Lalalala. Ich finde auch irgendwie jetzt gerade das Gefühl, dass die Nächte auch kürzer sind. Weil acht Minuten waren das doch jetzt nicht mehr, oder? Da hinten rechts mal mehr, äh, links mal merken, dass da alles gerade wie ein Steinbruch oder sowas. Below los geht's. Nein. Just delete's. Achja, über was könnte man denn mal so reden? Ähm... Reden wir über extrem wichtige Dinge? Mich. Nein, Quatsch. Ich bin so unbedeutend, über mich brauchen wir tatsächlich mal nicht reden. Ähm... Über könnte man reden? Ich überlege gerade wirklich, in was ich reden könnte. Reden wir doch mal. Moment, schau mal, ob ich das ankommen sehe. Ähm... Nee, zu laut, zu laut, aggressiv. Nee, ich glaube, das wird auch nichts, ich will das sein. Na, kannst du laut machen? Dann nehmen wir einfach... Das. Aber ein anderes. Genau. Und zurück. Okay, ähm... Ähm... Weil jeder nur noch langweilig ist. Und so... Ähm... halt eigentlich nichts machen kann und eigentlich im Endeffekt alles sinnlos ist. Weil... So bist du nach dem Motto 10 Jahre Bundeswehr... 10 Jahre Bundeswehr... Und das ist im Ende... Schieb dich doch nur irgendeinen Zivi... Oder Bufti heißen sie jetzt. Bufti, Entschuldigung. Ähm... Doch nur irgendeinen Bufti durch den Park, so nach dem Motto 13. Es ist schon... Pfff... Ja... Sehr traurig, sehr deprimierend, aber... Im Endeffekt haben sie ja recht. Ich mein... Ich lebe ja jetzt ja auch nicht, dass ich sage, ja, ich habe noch die ganze Welt vor mir. Ich lebe, damit ich selber halt glücklich bin und nicht um irgendwelchen Leuten irgendwas zu beweisen oder so. Doch, ho, 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 ho. Weil dann wäre das ja dann wiederum eher so ein... So ein... So ein Zwang zu leben. Ich weiß nicht, das ist jetzt schwierig zu erklären. Zwei Samen. Really? Zwei verkackte Samen. Wow. Drei verkackte Samen. Ich nehme alles zurück. Zwei verkackte Samen. Wow. Das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Ich habe jetzt sogar noch eine Fackel. Ah. So. Jetzt kann ich mal rennen. Alles weg. Alles weg. Alles muss weg. Alles muss weg. Fäkalien! Alles weg! Sahne, Sahne. Habe ich das jetzt genommen? Ja. Ja, mutig selbst. Hier hinten. Oh, geil, mit dem Bausundermitter. Das ist natürlich geil. Falls ihr den Seed wissen wollt, für die Map, ja, keine Ahnung. Ich habe einfach auf dem Zahlenfeld rumgehackt. Und dann kam ich hier raus. Das ist Gold, oder? Ja, das ist gelb. Also gelb muss ja dann Gold sein. Schön, dass wir hier überall so viel Gold haben. Ein bisschen Eisen wäre geiler. Ich wollte eigentlich gerade sagen, naja, wir brauchen ja eh erstmal Copper, um die nächste Spitzhacke zu machen. Aber mir ist auch irgendwie gefallen, nee, warte mal, Copper war ja Starbound. Aber Starbound werde ich nicht aufnehmen, weil das eh schon leckt. Ich kann mich ja draufsetzen. Aber das sah geil aus, wie das Skelett und der Creeper. Ich will die ganze Zeit rennen und ich kann ja nicht rennen. Okay, dann würde ich sagen, nehmen, was mit das Ding hier auseinanderra... Was? Der hat mich gewonnen, hittet? Das ist ja mal krass. Zwei Tage, äh, zwei Folgen Minecraft Hardcore, Leute. Gut, das war's dann halt. Ist das heftig? Ist das heftig? Scheiße! Na gut, das war's. Vielleicht irgendwann mal wieder in Minecraft Hardcore Versuch. Krass! Krass! Wahnsinn! Na gut, ich geh mich jetzt erstmal um den Rechner kümmern. Wir sehen uns, Freunde. Ne, wir hören uns, Freunde. Bis dahin. Euer Lingier.